Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallten, durchgebrannten Porzellan-Syndrom-Patienten und an all diejenigen, die diesen Spruch total Banane finden. Weiter geht's in den Gärten der Kreativität. Wir müssen noch einen kreativen Weg finden, die Ranken zu vergiften. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ja. Ich habe ein bisschen Pott, ich möchte, wenn du für die ganze Familie möchtest, ich habe eine große Kreativität. Okay. Ach ja, hier war ja eine Erinnerung. Hm... Certainly not. Oh yeah, the cow's already brewing on rate. Watch it, man! Yeah, way to blow, buddy! Yeah, still not your buddy, Piper. Another trumpet piston. Good work. That was a tough nut to crack. Diese Flau-Witze. Aber endlich ist das Rätels gelöst. Hm. No way. They're tough. Hooray, the tentacle's gone. We'll see for how long. I doubt the gardens of creativity will ever blossom like they once did. Aber sie werden blühen. Nur auf eine andere Art und Weise. We're back at the overpass of originality. Ja. Surek? I'll keep this until I find my scrapbook. The bridge is back. Good work! Now let's go get that plague poop. Plague poop? Really? Just as I thought you were getting better at the name calling. Hahaha! Oh! Ah, can you smell it? The diarrhea dude is close! I smell the ending of this. Time to change the dirty laundry! Hahaha! Okay! Du wieder? Was die Helf? Did I not tell you to go get ill and die? You're trapped like a fart in an elevator, Plague. Give it up. Never! 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 I've gotta make scenes for just like you, full of art is a gnash and flu. I know this shit and you're pulling sick, it's waist as a ridge to let those cluck. Your skin gets pale, you feel your eyes, a spill of death, a swarm of flies. Clamping some funny eggs in your head, time for you to get back to bed. I'm so excited and you're doing magic. What a nice piece of fish. I'm so excited and you're doing magic. I'm so excited, that's what you just got here. Cause I'm so excited. You're so excited and you're my wife. You're so excited and I'm so excited. Like I'm so excited. I'm so excited. Ich verstehe. Ja, das ist nicht mehr. Er lag zu ungünstig. Na komm. Ja, das ist nicht mehr. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, we missed him. Okay, dann bereiten wir das schon mal vor. Nein! Oh, we missed him. 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 Reaktive säuberung Ja, und zurück in der Hauptzentrale, möchte ich es mal nennen. So full of renewed energy and purpose. Uh, the thief. We will lose the mind without reason. Die haben alle solche Namen. Haus des Stolzes. Ich sag ja, die Hauptstadt der Emotionen. Siehst du die Absurdität nicht alles? Zeit wird deine Reaktion sinnvoll sein. Es ist genug, Philosophie. Ich werde in dein Gesicht schreien. Ouch! Ich habe ihn verwendet. Wenn du dich schreienst! Wir haben ihn wieder verloren. Wir verloren ihn wieder! Meier Relic, bist du okay? Eine Räunigung. Wir haben die Plague's Mask. Was machen wir jetzt? Um zu fixieren, was ist broken und verändern den Flügel. In den Garten muss der Maske gehen. B.S. Stinkbrat. B.S. Stinkbrat. Boln? B.S. Stinkbrat. B.S. Stinkbrat. B.S. Stinkbrat. O פУ- B&B resonated, ikke? B.S. Stinkbrat. Opl Före sind voll schnell genug. Ist es zu kommentar, ist es breit. Ich höre die Hatschung von Kokoonten. Tingling Legs und Eerie Toons. Ein Schöneer Kreatur schlägt in den Räumen der Clockworktown. Geh das Gerät und find es Pid. Es sollte euch zwei kommen. Clockworktown. Let's kick that Nightmare's butt! Guck, dass ich weiß, wo ich hin muss. Ist das Glanz oder? Ja. Das ist Glanz oben drauf. Auf den Ballon-Glühlampen. Da. Da. Ja, mal sehen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Gebiet verlassen. Hier sind wir, der Mind's Logical Power Center. Too much boring math here, if you ask me. Yeah, rational abilities were never really your thing. What's that supposed to mean? Oh, nothing. Let's focus on our job here. Okay. Ich muss zugeben, Mathe ist auch nicht meine Stärke. Muss ich das zugeben? Hm. Huh. Is that a spiderweb? Morg, he's creeping me out! Oh, mein, white, gooey stuff, everywhere! Clockworktown ist doomed! Oh, oh. Es läuft wie clockwork. Na ja, Kietzu. Sorry to interrupt you two, Snoopers. But the road ahead is closed. An erachnive commonwealth is built. So we're the Snoopers? Then who are you? Pardon my manners. Ever had nightmares about crawling creeps? Well, you will now. Now, let me introduce my entourage. Patience is falling inside the cracks in your wall. Without a sound we all sneak through. The moon's creeping over your bedroom floor. And while you sleep, we are crawling. You must make the soundtracks soon. I'll walk this ship. I trust you can find your own way out. Hey, creep. Come back so I can squash you. I hate creepy crawlies. Bye. I hate creepy crawlies. I do not know. I love you. I love you. Bye. I love you. Das ist von einem Wählscheibentelefon. Das waren noch Zeiten. Ich möchte mich erst mal ein bisschen umkicken hier. Oh, okay. 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 Ja, hab ich richtig gesehen. Und weiter geht's mit der lustigen Reise durch den Vorstand. Okay. 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 Look at you back. Hallo Buckethead! Can't you hear me? Ugh, how rude! Don't get wound up Piper. He's just out of power. Oh, right. Welcome to the Clockwork Junction. How may I assist you? All lines are currently delayed due to unexpected cobwebs on the track. It does nothing. The rotation station is stuck. Damn web. Oh. 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 Okay. Ich hoffe, die verschwindet nicht. Nein, nein, nein! Mist! Das war zu weit. So eine Verschwendung von Honigkuchen macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist kreativ, glaube ich zumindest. Wie lange ist. Noch ein bisschen. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Fahre. Ich fahre. Ich fahre. Wo hatte ich das gesehen? Ne, da oben war ja nur das mit dem Ventilrad. Ventilrad? Naja, mit dem Steuerrad. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ein Klapp. Ja, ein Klapp. Oh. Wow, he woke up. Great, let's see if we can get him on a roll. Hmm, Geflicht. Gewicht. Wird ich da irgendwo eins rumstehen sehen bestimmt. Wird ich da irgendwo eins rumstehen? Wird ich da irgendwo eins rumstehen? Wo kriege ich jetzt ein Gewicht her? Wird ich da irgendwo eins rumstehen? Ich renne wieder durch die Gegend ohne Sinn. Dann gehts wieder zurück zum Großen und Stopp. Guckwa-Town ist doomed. Vielleicht mach ich es mir nur wieder zu kompliziert. Ich weiß, niemand lives in da. Die Tren ist bereit für departure. Die Tren ist bereit für departure. Die Tren ist bereit für departure. Die Tren ist bereit. Die Tren ist bereit. Wusste, dass ich was übersehen habe. Ein Moment bitte, bin gleich wieder da. Die Tren ist bereit.